Rezitation 3 Gita Mahatmayam 1. Wer die Gita mit Demut studiert, wird von Furcht und Elend befreit und erreicht die Füße des Herrn, Vishnus. 2. Wer die Gewohnheit hat, die Gita zu lesen und wer hingebungsvoll Pranayam, Atemkontrolle übt, wird von Sünden nicht berührt, auch nicht von denen aus früheren Leben. 3. Die Menschen müssen täglich in Wasser baden, um sich von Schmutz des Körpers zu befreien. Aber ein einziges Mal in der Gita zu baden, ist ausreichend, um sich vom Schmutz dieses Samsara, Zyklus von Geburt und Tod, zu befreien. 4. Diese Gita, die aus dem lotusgleichen Gesicht des Herrn, der den Lotus in seinem Nabel trägt, gekommen ist und dies so melodisch ist, soll studiert werden. Es gibt keine Notwendigkeit, irgendwelche anderen Schriften im Detail zu studieren. 5. Nach dem Trinken des Wassers, der Gita, welches der Nektar des gesamten Varathas, des Ebos Mahabharata ist und aus dem Mund Vishnus stammt, gibt es keine Geburt mehr in dieser Welt. 6. Die Upanishaden sind die Kühe, Gopala, Krishna, ist derjenige, der sie melkt. 7. Partha, Arjuna, ist das Kalb und die Menschen sind die Geniesenden. Der wunderbare Nektar der Gita ist die Milch. 7. Die einzige Schrift ist das Lied des Sohnes von Devaki, Krishna. Die einzige Gottheit ist der Sohn von Devaki, Krishna. 7. Seine Namen sind der einzige Mantra. Die einzige Handlung ist der Dienst für die Gottheit, Krishna.